Die Objektion bestätigt, was wir bereits vermutet haben, nämlich, dass der Messerstich die Todesursache war. Die Klinge hat den linken Lungenflügel punktiert, ehe sie das Herz traf, sodass der Herzbeutel voller Blut war. Tamponierung, sagte Harry. Was? Tamponierung, so nennt man das. Das Herz ist an seinem eigenen Blut erstickt. Crumley schnitt eine Grimasse. Lassen wir die technischen Details vorerst außer Acht und kümmern wir uns noch einmal um einen Überblick. Unser norwegischer Kollege hat sich bereits gegen die Vermutung ausgesprochen, dass es sich um einen Raubmord handelt. Harry, vielleicht können Sie uns sagen, was Sie glauben. Die anderen wandten sich ihm zu. Das Geld. Das Geld? Ja, er hatte nur 500 Bart bei sich, also etwa 10 amerikanische Dollar. Dabei kostete die Frau, die er sich ausgesucht hatte, 1500. Es wurde einen Augenblick still. Ein guter Aspekt, sagte Crumley. Aber vielleicht hat sie sich ihr Honorar genommen, als sie den Toten fand, und erst dann Alarm geschlagen. Harry nickte. Vielleicht. Können wir mit ihr reden? Heute Nachmittag. Crumley lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. Wenn sonst keiner mehr etwas anzumerken hat, möchte ich die Besprechung beenden, damit ihr weitermachen könnt. Es hatte keiner mehr etwas anzumerken. Wir sind die Besprechung. Wir sind die Besprechung.